Ich bin bei AAA, weil wir vielseitig sind, Spaß an der Arbeit haben und man jeden Tag seine Kreativität einbringen kann und neue Ideen verwirklichen kann und unsere unterschiedlichen Vertriebslinien und Produkte machen jeden Tag für mich zu einem spannenden Abenteuer. Das Schönste an meinem Job ist, dass kein Tag wie der andere ist. Wir lernen, erleben und gestalten viel miteinander. Man kann seine Kreativität einbringen und wir sind super dynamisch bei AAA, das heißt, wenn ich am Montag eine Idee habe, dann kann sie am Freitag schon im Team umgesetzt sein und es ist einfach toll, wie man sich beruflich und persönlich weiterentwickeln kann bei uns. Mein Rat wäre vor allem, seid mutig, kommt vorbei, lernt uns einfach kennen. Am Karriere-Tag in der Schüko-Arena werden wir uns vorstellen, aber natürlich auch all eure Fragen beantworten und das ist die optimale Gelegenheit, um all unsere Bereiche kennenzulernen und für sich vielleicht sogar die perfekte Stelle ausfindig zu machen. -Tag in der Schöko-Arena werden wir uns vorstellen, wenn wir uns vorstellen, wie es die ersten Tage aufweiten werden wir uns vorstellen. Wir sind einfach nur die Ergebnisse, wir sind aber auch immer für viele Leute,